Herr Knäpsi, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Gerne doch. Kommen wir damit zur ersten Frage. Vor allem in diesem Jahr spielt der Klimaschutz eine extrem wichtige Rolle. Der Meeresspiegel steigt immer weiter. Wie haben Sie vor, gegen den Wandel vorzugehen? Wir, die Krötenpartei, haben uns dazu entschlossen, überhaupt nichts gegen den Klimawandel zu tun. Langjährige Studien haben offengelegt, dass Schildkröten sogenannte Wassertiere sind. Somit sind wir anscheinend in der Lage zu schwimmen, was die Angst vor Überschwemmungen überflüssig macht. Somit sparen wir immense Summen beim Klimaschutz. Sie wissen schon, dass nicht jeder Einwohner dieses Landes eine Schildkröte ist. Alles klar, machen wir weiter. Wohnungsknappheit tritt in unserem Land auch immer öfter auf. Wie und wo haben Sie vor, mehrere solche Wohnungen zu bauen? Ähm, also gar nicht ist unsere Antwort. Wir, die Krötenpartei, finden, dass Wohnungen überbewertet werden und genau wie Lego-Produkte reines Illusionsluxusgut ist. Zusammen mit führenden Wissenschaftlern haben wir eine eigene neue Strategie entwickelt, wie wir die Wohnungssuche überflüssig machen. Dazu haben wir einen kleinen Clip vorbereitet. Es gibt nicht mehr genug Wohnungen und Sie befürchten, nun auf der Straße leben zu müssen? Ja, das müssen Sie. Aber Sie können das hier tun. Nutzen Sie einfach Ihre mobile Wohnung. Egal ob auf der Straße, unter der Brücke, in der U-Bahn oder im Kernreaktor des zweiten Todessterns. Ihre mobile Wohnung ist Ihre neue Wohnung. Nicht jeder Bürger ist eine Schülkröte? Natürlich werden diese Panzer in den Verkauf gehen. Interessant, dass Ihre Partei ausschließlich aus Schülkröten besteht. Wie steht es denn mit den Kosten für das Militär und die Verteidigung? Wollen Sie die wenigstens erhöhen? Kein Geld mehr für Verteidigung. Auch hier haben wir die Lösung. Ihr Land wird wieder einmal angegriffen und Sie wissen nicht, was Sie tun sollen? Ganz einfach. Machen Sie einfach das hier. Erstens, sind Sie sicher. Und zweitens, wo man kein Problem sieht, ist auch kein Problem. Natürlich. Was auch sonst? Na gut, kommen wir zum letzten Punkt. Sie werben in Ihrem Wahlprogramm mit verstärkter Anonymität in der Öffentlichkeit, wollen aber gleichzeitig die Städte mit Gesichtserkennungskammers ausstatten. Wie erklären Sie das? Ja, das ist ganz einfach. Wir wollen erhöhte Sicherheit in unserem Land und jeden Winkel unserer Städte mit Videoüberwachung ausstatten. Diejenigen, die weiterhin noch anonym bleiben wollen, können dies jederzeit. Dafür hat unsere Partei folgende Strategie entwickelt. Wir, Sie zeigen uns jetzt wieder die Lösung, die einem Panzer voraussetzt. Zu spät. Sie haben wieder einmal das Bedürfnis, in der Öffentlichkeit zu onanieren, fühlen sich aber von den 85 Kameras, die auf Sie gerichtet sind, leicht beobachtet? Tun Sie einfach das hier und bewegen Sie sich jederzeit frei umher, ohne dabei unerwünscht gefilmt zu werden. Ich bekomme langsam das Gefühl, dass Sie sehr eng mit der Panzergehäuseindustrie zusammenarbeiten wollen. Was sagen Sie dazu, dass Ihre Partei sich so einen wirtschaftlichen Vorteil verschaffen will? Herr Hammerhai, wie stehen Sie zu dem Klimaschutz? Wir, die Haipartei, haben langjährige Studien betrieben, die zum Ergebnis kamen, dass Haie sogenannte Wassertiere sind. Somit sind wir anscheinend in der Lage zu schwimmen. Ich glaube, ich fand aus. Ich glaube, was für Sie sehen. Ich habe zwei Hmmproses vorный, denn ich bin Knie arbeitend, einmal ganz kurz vor dem regimen vom Knie zu kurzen kann. wenn Sie jetzt so einen Plan, das den Knie zu sehen? Ich habe die Knie-Knie erweig. Ich bin der Knie zu kurz an, Ich habe auch eine Knie-Knie zu verraten, es ist ein Knie-Knie zu sehen. Ich habe die Knie zu sehen. Ich bin der Knie zu Knie-Knie zu sehen.